ja und so mit hallo jetzt die kurzen neuen block wieder draußen ja es hat heute natürlich den lieben langen tag geregnet und ja ich bin komplett nach hause gekommen weil ich natürlich eine halbe stunde nach hause gehen muss was ich aber hoffe ist dass es am samstag wo ich ja meine geburtstagsfeier abhalte und ich höchstwahrscheinlich die chancen stehen gut aber ich will ja nichts komplett versprechen und dann kommt es nicht müsst ihr wissen halt vloggen bei meiner geburtstagsfeier und ich hoffe dass es schön wird weil ja sonst ist halt der pool unbenutzt müsst wissen und ja das ist ja nicht ganz das geilste woher ich dann sagen muss ich würde keine mit meiner kamera also meine hände in dem fall nicht in den pool rein nehmen weil das ist nicht was hatte ich das wäre nicht ganz so optimal muss ich sagen kleines bericht am rande für laguna weil ich ja wenn ich komplett ausmachen möchte mache ich einen kurzfilm wie für weibung vlogs auch vorher dann für für minecraft flowers mache ich auch einen kurzen der wird wahrscheinlich länger dauern weil ich viel zu erzählen habe wird also nicht also ich hätte eigentlich das wie serie gemacht doch jetzt muss ich halt dann meine darsteller suchen und so und es halt dann ja einen kurzen einfach zusammen machen die vorgeschichte von flowers ebenfalls ein kurzer machen und noch was und zwar minecraft erita kuss werde ich jetzt so einordnen ist die vorgeschichte von flowers werden einen eigenen namen haben nicht aber eine vorgeschichte weil also bei weibung vlogs war es so weil es halt so war und nichts anderes ging und zwar dann kommt flowers halt danach kommt erita kuss und nach erita kommt laguna und nach laguna kommt dann vielleicht schwierig was noch dazwischen aber sonst wäre dann sahas das origin damit ihr wisst wie die chronologische sache dann weitergeht ja und es ist natürlich ganz viele neue leute im projekt zum beispiel haben wir hier deppi der in rogue vibe und so dabei war dann natürlich den lieben ray wenn ich ja schon mal reagiert habe auf sein auf einen dieser videos petter case ist auch dabei und natürlich der liebe herr angst teddy und natürlich neue bekannte auch beziehungsweise auch leute wie das schon auf dem vlogs projekt aber ich weiß nicht ob die in der folge waren aber ich wisse ich habe ja zwei vlogs folgen gemacht wird leider das projekt ausgelaufen ein lütter zinalko den tax nutrex die waren halt auch dabei und natürlich erprobe ist es auch dabei was mich auch also eigentlich relativ viele bekannte brauchen neue leute und ennis ist auch dabei also kann man neue bekanntschaften und natürlich alte zusammenkünfte meine story ist ja glaube ich bekannt wenn man flowers bissel kennt ich bin halt einer der dann halt mehr im voodoo zum piraten dasein rüber driftet und ja dann eher mehr interessanten piraten haben deswegen kommt auch das projekt laguna ist danach weil nach dem laguna habe ich mir entschlossen komplett den piraten dasein zu verfallen und ja wobei ich dann eigentlich nach dem hier nach laguna da ja so wird dann komme ich vielleicht etwas dazwischen quetschen weil ich dann möchte wieder eine generation da vorne machen das alles schon eine andere generation ist und ich dann irgendwie so machen muss dass halt das kind oder so irgendwie ja es zum beispiel kennt und habe ich ein paar kleine filmfehler und dann war chair und aria ja zumindest sieht aus also es regnet zwar jetzt nicht im moment was eigentlich gut ist vorhin hat er auch nur geschüttert und dass das wetter besser wird hat sich immer fragt wer der typ war in der ersten ee ritterkasse folge das war silky einer den ich noch nicht getroffen habe aber schon dass ich mal eine neue bekanntschaft gemacht habe weil ich meine meine mit neuen europa zu machen glaube ich wird dann ein bisschen erfrischender und ich werde natürlich bald mit den tags im hertha kese oder wo wir es ein video machen mit diese sagen europäische folge wenn man schon was überlegen zusammensetzen wahrscheinlich alle drei auf einmal vielleicht so einer für so eine folge vielleicht keine ahnung je nachdem und ja ich habe halt alle gewusst bis auf hertha keso den habe ich erst seit gestern erfahren dass er im projekt von nutrix glaube ich führt das ich bin mir nicht sicher falls ihr also falls nutrix oder so dass sie das sehen irgendwann durch zufall korrigiert mich bitte falls ihr nicht also wenn ich das aber ohne bin ich ganz so sicher muss man später nachgucken auch hier und und wer bis hin geguckt hat schreibt bitte hashtag eritakus in die kommentare und somit würde ich auch sagen ich hoffe ich hätte dieser kleine vlog gefallen kleinen informerante ich bin die ganze zeit nur um den pool herum gegangen jedes mal aufs neue sobald euch dieses video gefallen hat lasst ein like da wenn ihr aufgehört und mehr von mir wollt würde ich sagen bis nächstes mal und natürlich lasst ein abo da das zuerst wisst ihr bescheid lassen wenn ihr mehr von mir mehr von mir wollt würde ich sagen bis nächstes mal und ciao